Das ist sehr gut. Könnt ihr ein bisschen mitklatschen? Wir wollen uns ganz entspannt halten. Es ist Donnerstagabend, wir sind in Leverkusen. Wir wollen uns gar nicht zu sehr anstrengen. Ganz entspannt. Auf zwei und vier. Sehr schön. Wir sind ja nicht in der hektischen Hauptstadt hier. Wir sind flushofft und wir klatschen auf zwei und vier. Sehr gut. Das ist Donnerstagabend, wir sind in Leverkusen. Wir sind in Leverkusen. Okay, gleich beim Song. Im Refrain ist das ganz einfach. Ihr müsst einfach immer nur singen. You do the bad thing to me. Also, du tust mir Schlechtes an. Das wollen wir zwar nicht wirklich hier tun, aber das könnt ihr bitte mit singen. So geht es nämlich. Darum geht es in diesem Song. Aber erstmal kommt die zweite Strophe. Das ist Donnerstagabend, wir sind in Leverkusen. Vielen Dank. Das war Timo Gross. 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 Das war Timo...